Hey, was geht ab Leute? Team Babbelt hier. Heute mit einem brandneuen Segment, das wir anknicken. Wir versuchen alle eure Fragen, die ihr habt, egal was. Wir versuchen zu antworten und was dazu erzählen und keine Ahnung mehr. Wenn ihr die Fragen habt, schreibt es an Leute. Wir haben für euch ein Video gemacht, das ist unsere erste Ausgabe hier. Schreibt es in den Kommentaren, was ihr Fragen habt. Ob wir Frauen, Kinder haben, was wir in nächster Zeit spielen werden, welche Karten geil sind, wie krass wie lang mein Bart ist, ist egal. Der wurde öfter schon erwähnt. Es muss wirklich nichts über Yugi sein. Es kann über private Sachen sein, wenn wir die Sachen nicht beantworten wollen. Wir haben alle Fragen von euch. Was können wir noch sagen? Was mich schon am meisten gefragt wurde ist, wie sieht es jetzt aus mit der neuen Batlist mit Teller? Kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe jetzt viel Arbeit gehabt. Ich werde in Zukunft vielleicht ein bisschen was Neues bauen für euch. Ich werde auf dem Deckprofil vorgeladen. Du kannst natürlich auch fragen, was Chong arbeitet, wo er arbeitet, wie ich arbeite. Alles Mann, alles. Was ich esse. Was er privat macht. Ja genau, was er privat macht. Zum Beispiel Tischtennis manchmal. Wir grillen. Ansonsten, was grillt ihr so Weihnachten? Schönes Setter und so. Ja. Also wirklich jede Scheißfrage, die nicht scheiße ist, beantworten wir. Ja genau. Einfach in die Kommentare. Am besten noch mit dem Hashtag AskGBT. Ja Mann. Und dann wird das in der nächsten Folge mit euch im Username vorgelesen. Also bis zum nächsten Mal bei AskGBT. Okay. Was geht ab Leute? Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite da. Und natürlich unsere Sponsoren. Alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nichts.